Willkommen zurück auf meinem Kanal. Kein Dänemark Grand Prix. Frank Jensen, der Bürgermeister von Kopenhagen, hat den Plänen zu einem möglichen Formel 1 Grand Prix eine Absage erteilt. Er gab als Begründung an, dass es weder politische noch öffentliche Unterstützung gibt, außerdem wollen sie kein Geld zur Verfügung stellen. Charlie Whiting hatte noch Hoffnung, dass bereits 2020 ein möglicher Dänemark Grand Prix stattfinden könnte. Was haltet ihr von der Absage der Dänen zu einem möglichen Formel 1 Grand Prix in Kopenhagen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Darum hat Ray Kühnen bei Sauber unterschrieben. Als Ferrari Ray Kühnen noch vor dem Italien Grand Prix in Monza mitteilte, dass er 2019 nicht mehr im Ferrari sitzen wird, hat er sich nach Alternativen umgeschaut. Er wollte unbedingt weiter in der Formel 1 fahren und deswegen hat er sich bei Sauber erkundigt, denn sie scheinen mit der Alfa Romeo Unterstützung besser dazustehen als noch vor ein paar Jahren. Denn vor zwei Jahren war das Team so gut wie pleite und die Dienste des Finnen hätten sie sich damals nicht leisten können. Klar hätte das Schweizer Team auch einen Paydriver engagieren können, aber sie sitzen auf sportlichen Erfolg. Teamchef Vasseur bestätigte, dass Ray Kühnen nach zwei Gesprächen gesetzt war. Er stellte beim Gespräch mit dem französischen Teamchef viele sportliche Fragen und Vasseur war sofort klar, dass er nur mit ihm zusammenarbeiten möchte. Er wohnt auch nicht weit vom Werk entfernt, möchte viel Zeit dort verbringen und will in der Arbeit eingebunden werden. Der frühere Ferrari-Chef-Designer Simone Resta, der Ray Kühnen auch gut kennt, hat die Leitung des 2019er Sauber. Auch im Bereich des Marketings sei der Finne ein Jackpot, denn er ist nächste Saison nur einer von drei Weltmeistern. Sauber hat bereits Angebote von Geldgebern bekommen. Der Druck wird weniger sein als zu Zeiten bei Ferrari. Sauber hat sich das Ziel gesetzt, nächste Saison die fünfte Kraft zu sein. Was glaubt ihr, was ist für Ray Kühnen 2019 drin? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.